Hallo liebe Leute, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um die GoPro Hero 11 Black und die neue Funktion Horizontalsperre. Was heißt das? Ich zeige euch das jetzt mal. Und zwar, ich nehme mich auf im Selfie-Modus und dann kann ich die Kamera einfach so drehen. Und das Bild bleibt einfach, das bleibt horizontal. Also ist der Hammer. Und da kann ich drehen, wie ich will. Jetzt war mein Arm zwar drin, aber auch wenn ich so waagerecht gehe oder so, dann bleibt das Bild einfach gerade. Also ein cooler Vorteil, weil gerade damit kann ich, wenn ich Actionaufnahmen mache, dann bleibt einfach das Bild gerade. Und ich muss mich nicht darum kümmern, wie rum ist jetzt die Kamera eingerichtet. Geile Funktion, danke GoPro. Das war es auch schon mit dem Video. Ich wollte euch die Funktion schnell zeigen. Liked mich, abonniert mich, wenn euch das Video gefallen hat. Und Servus, bis zum nächsten Mal.